willkommen zu einer neuen folge pokémon go auf meinem kanal rams ist der dicke und heute haben wir wieder eine kleine sondersendung für euch irgendwie ist alles immer sonder ich möchte noch mal darauf hinweisen in letzter zeit hatte ich ein paar folgen hochgeladen da ging es um shinies ja am 25 ersten war die erste folge alle gen 1 shinies plus familien komplett das kandos special wo es wirklich um alle generation 1 shinies ging ich die auf der hand hatte ich die alle entwickelt habe so dass ich wirklich von jedem eins immer noch auf der hand habe ich so lange gesammelt habe sich die ganze familien machen konnte das war das kandos special dann gab es natürlich alle gen 2 shinies plus familien komplett das joto special am 7 2 da war es dann genauso dann gab es dass alle gen 3 shinies plus familien komplett das höhen special ihr kennt das prinzip alle gen 4 shinies plus familien komplett da sind mir schon die haare ausgefallen das sinos special genauso und zu allerletzt dass alle gen 5 shinies plus familien komplett das einer special jetzt nachdem ich ja alle shinies und alle familien vollständig hatte das letzte war hier 23 7 das ist von einem monat gewesen es hat sich natürlich wieder einiges getan es gab natürlich wieder neue shinies die man sammeln musste zum beispiel wie auch die ikognitos die die starr da mit den hüten da aus den go festen dieses ganze gebammel knuff hänzer kiesling jetzt gerade aktuell oder eben auch kapuno kapuno wohl das seltenste shiny noch mit kaum malat und dem anderen gesocks aber nach diesen ganzen folgen ist mir aufgefallen es ging nicht immer alles gut denn manchmal wenn ich getradet habe wenn ich mir ein shiny rüber getauscht habe oder mit jemanden getauscht habe dann wurde das lucky und die meisten sagen ja und weiter trotzdem ist es ja ein shiny und das lucky shiny hat doch wenigstens auch gute iv ich will beim shiny aber keine guten iv haben ich will beim shiny einfach nur das shiny haben und mich stört dieser lucky hintergrund das sage ich jedes mal und wenn ich die ganze familie sammeln und zwischendurch eins hatten lucky hintergrund dann ist das für mich wertlos ich will wirklich dass ihr genau nur den unterschied seht zwischen dem normalen und dem shiny ohne irgendeinen hintergrund einfach nur die farbe anders manche sie sind so unauffällig da ist die farbe kaum anders und dann lenkt auch noch der hintergrund ab und das hat mich schon immer gewurmt und jetzt sind da etliche lucky shiny dabei gewesen die mir seitdem einfach immer nur den beutel zu müllen deswegen wollen wir heute mal auf schillernd gehen aktuell habe ich 1025 shiny's und möchte heute wirklich mal radikal ausmisten so ihr seht zum beispiel hier das erste ein biser samen aus dem halloween event ein shiny biser samen aus dem halloween event was aber lucky wurde das ist nicht weiter schlimm ich habe dann weiter geradet bis ich ein weiteres biser samen als shiny bekommen habe das heißt dieses biser samen mit mütze kann weg ihr seht auch die bewertung 14 14 14 aber wir werden das verschicken als favorit markiert kann man nicht verschicken mach mal das weg möchtest du dieses schillernde pokémon wirklich an prof an den professor schicken ja ich will ein bonbon ist es uns wert das war aber nicht alles deswegen geht denn es geht noch weiter hier haben wir zum beispiel ein shiny glurak bei glurak meiner meinung nach ist es wieder was anderes das glurak habe ich absichtlich als ich glücksfreund war mal lucky getradet weil bei dem glurak das sieht nicht nur cool aus das ist nicht nur groß und brutal so dass es den lucky grund hintergrund fast komplett verdeckt das mit guten ev ist auch noch nützlich zusätzlich hat die community der jahr tagelower kanonade ich hoffe ihr könnt mir folgen denn was bitte nützt euch so ein blödes shiny biser samen als lucky wenn es dann 98 ev hätte oder 96 oder in dem fall 93 ihr magst das eh nicht entwickeln kann man es auch nicht also sagt nicht der ist komplett verrückt der schickt einfach seine lucky shinies weg ich schicke müll weg beziehungsweise sind vielleicht ein paar sachen dabei die ihr nicht als müll empfindet hier bei dem glurak das hat natürlich richtig schlechte werde das heben wir aber auf wir sind ja nicht verrückt wir gucken weiter durch was wir haben hier sieht es ruhig aus da kommen die horn die us ihr habt zwischendurch auch immer die ganzen see day pokemon ihr könnt noch mal einen kleinen überblick nehmen was ich so habe hier pikachu pikachu schillernd mit partyhut wir haben hier noch ein pikachu mit partyhut was shiny ist das heißt ich brauche das nicht jetzt sagt ihr warum das kannst du doch entwickeln sonst fehlt doch das reitschuh mit partyhut wir bewerten das auch mal ganz kurz hat natürlich bessere werte als das andere wir werfen es trotzdem einfach komplett weg denn wir haben wo ist es wo ist es wenn die reitschuhs kommen wir haben hier nämlich noch ein reitschuh mit partyhut als shiny also bin ich wirklich nicht angewiesen auf dieses kleine schäbige äh mit lucky hintergrund ihr seht die pikachus also wie viele verschiedene pikachus mit hut es schon gab auf den bin ich ganz besonders stolz weil der wirklich auch sehr selten sehr selten war ich weiß gerade leider nicht mehr von wem ich den bekommen habe aber danke auf jeden fall nochmal grüße gehen raus dafür dass du mir damals das pikachu gegeben hast der dicke der dicke wie geht es weiter hier sind wieder halloween sachen andere sachen ballon sachen wir haben hier die alolas sachen die nidoran familien pipi volnona mirapla die zubats die blutzugs wieder hier mit alolas dabei das auch guckt euch das an wie hässlich das einfach ist ich bin elegant und böse ich bin hässlich aber egal darum geht es jetzt nicht so manky 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 fukano auch sehr cool dann wieder seaday pokemon hier tentara damit bin ich ewig als buddy gelaufen open seeder hieß das auch weil das eben mal ein kummel war 2100 ein richtig hohes lucky sogar aber 96% brauche ich nicht schmeiße ich einfach weg möchtest du es verschicken und wir haben ja trotzdem noch dieses shiny übrig wie ihr seht wir haben ein normales tentara wir haben ein shiny tentoxa also ein shiny tentara und ein shiny tentoxa ohne das mit dem punkt ist sogar selber gefangen und nicht getauscht das heißt das könnte man sogar abgeben das aber nur als info dann geht es natürlich weiter wir scrollen die liste weiter durch da sind porendas muschas nebulaxe gengas onyx traumado krabbi bei krabbi auch das nächste teil hat mir auch jemanden krabbi vermacht habe ich mich übelst gefreut dann wird das lucky und ich fand das richtig dumm dass das lucky wird wir gucken uns ja auch mal die ev an ev sind okay kommt in die tonne fertig warum wir haben hier einfach noch ein lucky kingler wir haben hier noch ein lucky ach ein lucky ein shiny kingler und shiny krabbi auch was zum abgeben das reicht mir so das brauche ich nicht anders vor allem je mehr ich jetzt gerade wegschmeiße desto cooler finde ich den lucky hintergrund auf einmal aber jetzt haben wir schon angefangen auszusortieren das heißt wir müssen weitermachen äh rihon tangela kangama sepa sterndu ist ja auch neu habe ich noch gar nicht entwickelt ich müsste mal eine extra folge nochmal machen wie ich die äh neuen die ich dazu bekommen habe entwickle hier rossana habe ich mich gefreut ist lucky geworden sagt ihr das sieht doch voll cool aus ramses guckt doch mal der hintergrund zu dem pokémon und ich sage ich möchte das nicht in meinem beutel deshalb rossana auch weg zack der hong würde sich im grabe rumdrehen ihr habt hier noch ein normales shiny denn der hong hat ja extra versucht immer den lucky eintrag und den shiny eintrag mit einmal zu machen wenn der was getradet hat mit garantierten äh lucky freunden dann waren das shinies weil er gesagt hat bei dem pokémon fehlt der lucky eintrag und dann hat er das durchentwickelt so hat er gerade für den lucky decks mit der durchentwicklung das abgehakt und für den shiny decks mit der durchentwicklung das abgehakt aber hong hat anders als ich keine familien gesammelt ich sammle ja trotzdem die familien wenn er eins hat entwickelt das durch ist er fertig wenn ich eins habe fehlen mir immer noch zwei das ist halt der unterschied aber jeder hat andere ziele und deswegen weil ich das so mache und nicht lucky shiny wo ich im prinzip zwei fliegen mit einer klappe schlagen könnte mache ich es mir halt extra kompliziert denn ich brauche drei shinies ich brauche dann aber auch einen lucky das zu entwickeln ich brauche männlich ich brauche weiblich ich muss ihm notfalls müsste ich viermal alles entwickeln was natürlich immer dann noch mehr bonbons kostet karbatore haben wir ein paar hier habt ihr noch ein garados das war glaube ich auch absichtlich mal getauscht weil garados ja auch eigentlich nützlich ist und ein cooles pokemon das labras war glaube ich absichtlich getauscht habe ich mir mal gegönnt genau hat auch eissplitter und eisstrahl das sind ja sachen mit denen kann man wenigstens was anfangen dann haben wir ein arktos shiny zu dem anderen hier dazu das ist auch absichtlich weil das ist wieder der große unterschied legendäre shinies da wollte ich den lucky eintrag auch mit einem shiny haben und habe darauf immer gewartet deswegen habe ich dann auch zapdos shiny und lucky zapdos shiny deswegen habe ich auch lavados shiny und lucky lavados shiny also da ist es beabsichtigt denn das sind ja pokemon die können was die sind nützlich die braucht ihr ja aber ihr braucht kein bieser sam weil sie nicht weiterentwickeln können selbst tentoxa oder so meiner meinung nach auch nicht wirklich effektiv braucht man eigentlich nicht wir haben noch ein 96er glücks mewtwo wie ihr hier seht 15 15 13 wir müssen aber weiter wir haben jetzt hier wieder die cd pokemon wir haben die kanimani swissor lampi pichu 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 hier haben wir pie auch ultra selten für manche pie aus dem ei mal getauscht ist lucky geworden was machen wir also mit pie pie wir schmeißen es natürlich weg wir haben ja noch ein pie wir haben die familie durchentwickelt heutzutage wird eh alles hinterher geworfen ich brauchte damals drei shiny pie aus eiern weil das eine lucky wurde brauchte ich vier shiny pie aus eiern hab das dann entwickelt stück für stück dass ich die familie voll habe und heute könnt ihr halt pp shiny in der wildnis fangen so einfach geht's so togepi ok xado voll die lam mer hier son flora auch damals eins bekommen vom kalle ist lucky geworden hab ich gebrochen hab dann wieder eins bekommen vom nebels das ist nicht lucky geworden da hab ich mich sehr gefreut hier steht auch nochmal dabei vom kalle genau mensch bin ich blöd ich hätte doch vorhin nur als ich gesagt habe ich weiß grad nicht mehr von wem ich das pikachu bekommen habe ich ja doch einfach nur ich hätte doch einfach unten nachgucken können hier auf jeden fall ein son flora ist eigentlich auch ganz gut müsste ein 93er sein aber ihr seht na gut ihr seht es nicht das normale und das shiny haben kaum einen unterschied und dann habt ihr noch diesen hintergrund der lenkt ab und deswegen nein brauche ich nicht hebe ich nicht auf das kommt auch weg was haben wir noch wir haben die ecognito buchstaben ganz frisch wir haben hier wohin genau als shinies als shinies mit mützen als shinies mit mützen als männlich und weiblich also coole sache wir haben tansa wir haben forstelga forstelga muss ich sagen das tut mir schon ein bisschen weh das sieht so ganz cool aus das sieht eigentlich sogar mega fresh aus ne weil irgendwie passt der hintergrund komplett dazu aber ev machen wir mal das sternchen weg wir schicken das auch einfach weg weil es ein lucky shiny ist leider gottes obwohl das nicht hässlich aussah das war ja nicht so eine kleine wust das hat ja diesen grellen hintergrund komplett bedeckt und nur noch das zart goldene hat hervor geschaut das sah also cool aus so was haben wir noch sneebel teddy ursa die ganzen quiegel keifel hundemon damierplex damierplex natürlich auch mit ohne glöckchen und mit mit glöckchen kusilla eleket hier mugby shiny shiny lucky brauchen wir nicht können wir bewerten geht schmeißen wir weg wunderbar wir brauchen kein schillerndes lucky bei raiku ist wieder anders da wollte man natürlich wieder einen shiny fangen und den lucky eintrag mit einem shiny machen sogar schlechter als das egal also raiku haben wir natürlich auch als lucky shiny wir haben das entei als lucky shiny wir haben das suikun als lucky shiny wie gesagt das sind ja auch wichtige pokemon die man unbedingt braucht wir haben das luke ja als lucky shiny das ist sogar mein bestes luke ja was ich hatte deswegen habe ich das auch gemakst wir haben das hoho als lucky shiny das haben wir auch mitgenommen ähm jetzt wieder sea day pokemon hier hydropi wir haben pfiffchen wir haben zickzacks ach genau baumpel baumpel mit und ohne partyhut kann man zum glück nicht entwickeln dann hat es angefangen schalocco papinella panikon pudox aber vorher hatte ich ein anderes pudox und das ist natürlich auch lucky geworden habe ich vom vorbelastet bekommen danke dafür auf jeden fall wir bewerten das auch mal kurz und schmeißen es weg weil wir brauchen es nicht mehr ähm ja familie voll shiny voll aber wir brauchen kein lucky davon was macht man damit nichts pelipper wingul damals auch getauscht nein mittlerweile kann man mit den dingern um sich werfen es ist zwar schade dass das so niedrig ist und das höher ist aber kann weg kann einfach weg kann alles weg der rams ist der rams ist spinnt komplett der haut einfach die lucky shinies fort was haben wir noch in neko und in ikoro ist auch so ähnlich das kleinere ist okay und das größere ist wieder lucky geworden und kommt in die tonne ist auch ein 96er ne ramses warum pusht das doch guck mal 15 15 besser geht es nicht zubiris flunkhiefer steuerer mediti plussele mino nilumise kanivania weil marsch boing roing pandir 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 nummer 1 pandir nummer mhm 3 pandir nummer mhm 5 das genau das müsste die 5 sein genau wie das habe ich zum glück noch ein zweites mal bekommen beide glaube ich vom konstin shiny hunt shiny huntre konstin shiny huntre kömmer weg ist ist okay aber trotzdem ist lucky würdet ihr ein äh shiny lucky pandir verschicken wir haben dann auch die nummer 6 die nummer 7 die nummer 8 da kommen die wablu armee ganz viele wili wili shiny wili lucky shiny sieht gar nicht mal so schlecht aus würdet ihr sagen und ich sage ja jetzt habe ich aber angefangen mir sogar ein 98er mit 1,5 auch die v ach die die wp waren richtig cool dabei wollte ich damals immer darauf achten wenn ich shinys habe dass ich möglichst hohe bekomme nicht auf die ev gucken nur auf die wp und jetzt schicke ich die höchsten wp einfach weg aber irgendwo muss man halt mal aufräumen im beutel milotic milotic shiny milotic lucky shiny was machen wir damit wir schmeißen es weg habe ich damals entwickelt für die lucky decks mittlerweile habe ich so viele shiny barsch war ich könnte mir da noch 20 draus machen formio zwirlicht absoll isso perlu kind wurm hier ist es anders das behält man natürlich gerne am seeday getauscht mit poopsy wir haben beide unser shiny bruder lander mit seeday attacke getauscht und es ist halt einfach ein hundertprozentiges geworden das war auf jeden fall sehr cool hier habe ich auch mal getauscht weil das ist ja auch nützlich und sieht auch cool aus ist ja auch groß und mächtig hat leider nicht so gute iv dann kommen wir wieder zu den regirock shiny als lucky wir haben regi ice shiny als lucky wir haben regi steel shiny als lucky je wuchtiger desto besser wir haben latias shiny als lucky da gefällt mir der hintergrund schon wieder gar nicht aber das habe ich gemaxed äh latios shiny als lucky kyogre shiny als lucky dann kommt natürlich groudon shiny als lucky wir haben raiquaza shiny als lucky mhm die oxys haben wir schon zwei jetzt gut dann wieder seeday pokemon da gehen wir weiter durch knospi oder knopsy wie man liebevoll sagt der hase ist am start die anderen nehmen wir hier schnurgarst wisst Weiterentwicklung von charmian schnurgarst mit der dicken brust ist wenigstens das höchste hoch und das niedrigere ist lucky sodass wir das niedrigere auch einfach weghauen können da müssen wir gar nicht groß nachdenken sah der hintergrund auch nicht so cool aus hat weniger wp hier haben wir noch ein shiny lucky knackrack das behalten wir das shiny lucky riolo behalten wir auch das nehme ich öfters auch zum kämpfen ne ist auch ein 98er leider nur mit 14 angriff hier haben wir die hippos wir haben die skorpione wir haben die schneedinger was haben wir noch was haben wir noch heatran natürlich shiny lucky wie soll es auch anders sein wir haben äh giratina shiny lucky wir haben ne chrysselia shiny lucky äh dark rai haben wir natürlich nicht shiny lucky weil das könnte ja nicht tauschen da frage ich mich wie kriegt man da eigentlich den lucky eintrag weil bei mu selebi sonst was es steht ja trotzdem der hintergrund müsste ja irgendwie auch lucky werden können wenn man sich das so betrachtet am schlimmsten das seht ihr hier war es aber auch bei dusselgur dusselgur shiny da habe ich so viel zu tun gehabt lucky shiny mit sechs neunzig prozent können wir weghauen brauchen wir nicht lucky shiny mit ich glaube sogar acht neunzig prozent brauchen wir nicht können wir weghauen so wir haben unser dusselgur übrig faser noob das war sehr traurig wir haben ja ein navi taub da ist ja wieder männlich weiblich wichtig gewesen ihr habt navi taub und faser noob beides eben weiblich deswegen sind das weibliche guck doch mal wie grau und hässlich mit seiner lederweste das aussieht im gegensatz zum männlichen faser noob was hier richtig prachtvoll mit seiner äh lilanen lederpeitschen mütze ankommt aber leider ist das größere davon lucky das kleinere hässliche ist nicht lucky das heißt das müssen wir wieder wegschicken obwohl das eigentlich cool aussieht dürfte auch ein 93er gewesen sein schillernd fort damit der beutel nicht so zugemüllt ist was haben wir sonst noch pico chiller da können wir auch eigentlich mal tausend stück wegwerfen ihr habt da wieder dann die einträge von den legendären shiny cobalium als lucky shiny terrakium als lucky shiny veridium als lucky und hier shiny melmetall als lucky was relativ gut und nützlich ist hat sogar auch 98% wir sind glaube ich durch mit dem aufräumen wir können aber nochmal zur sicherheit schillernd und wenn ich das unzeichen irgendwo finden würde schillernd und glücks das waren vorhin genau 50 stück jetzt sind noch genau 31 stück übrig das heißt ich habe 19 stück gelöscht wollen wir noch was löschen können wir noch was löschen brauchen wir eigentlich nicht das sind ja meistens jetzt also nur legendäre 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 oder sachen die gut sind sachen mit denen man was anfangen kann das ist doch eine sammlung die nützlicher ist als die andere oder oder habe ich jetzt einen fehler gemacht hättet ihr irgendeins von denen die ich weggeschickt habe aufgehoben oder sagt ihr da ich die ja eh doch als shiny habe ist das vollkommen okay ist das ein fehler ist das kein fehler ich weiß es nicht das wollte ich auf jeden Fall schon immer mal machen mit euch zusammen das pikachu guckt auch richtig erschrocken das war es aber jetzt von meiner seite aus wie viele shiny lucky pokemon habt ihr ihr seht wenn ich schillernd und glückseingeb habe ich jetzt noch 31 von 50 auf 31 wie viele habt ihr wenn ihr schillernd und glückseingeb schreibt es mal in die kommentare das war es von meiner seite aus wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin peace out vorhaut euer ramsus